Der Honda Civic ist das Maß aller modernen Autos in der Economy-Klasse. Er verkörpert Zuverlässigkeit, Wertbeständigkeit und Effizienz und bleibt überdies aufregend zu fahren. Eingeführt wurde der Honda Civic mit dem Modell 1973. Der CVCC-Motor, eine Entwicklung des Firmengründers Suichiro Honda, baute auf Vorkammer-Einspritzung, um den Abgasausstoß zu verringern und die Leistung zu erhöhen. Darum benötigten Civics auch keine teuren und leistungshemmenden Katalysatoren. Der Wagen war ein Verkaufserfolg und entwickelte sich weiter. Die Handhabung wurde mit Doppel-Querlenker-Aufhängungen verbessert, die Leistung durch variable Ventilsteuerung gesteigert und der rennfertige Typ R mit reduziertem Gewicht und handportiertem Motor schärfte den sportlichen Schwerpunkt. Trotz immer mehr Technologie, Sicherheit und Leistung bleibt der Civic aber nach wie vor der gleiche Kleinwagen mit extrem viel Fahrspaß.